Wenn Materie mit Elektronen beschossen wird, dann können aus den unteren Schalen Elektronen herausgeschlagen werden und diese Lücke wird dann von Elektronen befüllt, die aus höheren Schalen kommen. Und von diesen Elektronenübergängen gibt es natürlich sehr viele. Und deshalb wollen wir uns mal anschauen, wie viele es da gibt, beziehungsweise wie die bezeichnet werden. Und ich schaue da einfach mal hier nach bei Google. Und da sieht man beispielsweise, wo ist denn vielleicht was, ein ganz gutes Bild dafür. Das hier ist vielleicht nicht schlecht. Und hier, auf dem kann man diese Übergänge ganz gut sehen. Ups, gibt es das Bild auch irgendwo vernünftig wie hier? Ja, jetzt für Wasserstoff ist völlig egal, für was. Also man hat hier die verschiedenen Schalen, N1, N2, N3 und so weiter. Und wenn jetzt Elektronen von oben auf so eine Schale nach unten fallen, wenn hier unten gerade ein Elektronen rausgeschlagen wurde, dann entsteht eben diese Röntgenstrahlung hier und die ist charakteristisch für diese Energiedifferenz. Und was man jetzt hier auch noch sieht, ist, dass diese Übergänge auch noch Namen haben. Also wenn jetzt etwas von einer höheren Schale auf die unterste fällt, dann nennt man es auch Lüman-Serie. Wenn es auf die zweitunterste fällt, also auf die K-Schale wäre die Lüman-Serie, hier auf die zweite, das wäre die L-Schale, nennt man es Balmer-Serie und auf die dritte Paschen-Serie. Und es gibt auch noch Namen für weitere, ist aber auch nicht so wichtig. Also das sind manchmal Sachen, die man sieht, Lüman oder hört Lüman, Balmer und Paschen-Serie. Das heißt einfach nur, dass Elektronen von höheren Schalen einmal auf die K-Schale fallen, einmal auf die L- oder auf die M-Schale. Jetzt gibt es hier aber auch noch die Siegbahn-Notation. Jetzt wollen wir erstmal kurz gucken, was Siegbahn überhaupt heißt. Siegbahn. Siegbahn, da finden wir Bilder. Gehen wir nochmal zurück hier. Kai Siegbahn. So, schwedischer Physiker. Ist schon tot. 2007. Und hat sogar den Nobelpreis bekommen. Und dann gucken wir hier oben nochmal. Also Siegbahn obtained a Nobelpreis for developing the method of electron spectroscopy for chemical analysis. Now usually described as X-ray. Described as X-ray. Das ist genau das. Ja, der hat diese Übergänge eben mit entdeckt und hat die auch klassifiziert und eine Notation dafür eingeführt. Die wollen wir uns mal angucken, diese Notation hier. Und das hier ist so ein ganz typisches Bild für diese Notation. Wobei ich will mal ganz kurz noch zuerst auf das hier eingehen. Hier sieht man nämlich nochmal diese Übergänge, diese Elektronenübergänge. Also hier die K-Schale, die auch manchmal N1 genannt, also Hauptquantensal 1. Dann die L-Schale, die aufgespalten ist in diese drei Niveaus hier. Und diese drei Niveaus, die nennt man auch L1, L2, L3, weil es die L-Schale ist und dann einfach nur 1, 2, 3. Sehr simpel. Und dahinter steht dann auch noch, welches Orbital das hier ist. Also welche Orbitalkonfiguration. L1 ist dann 2s, L2 ist, ich mache das mal größer, L2 ist 2p12, L3 2p3 halbe. Das sind diese Quantenzahlen, nach denen das benannt ist. Und was man hier schon sieht, ist, dass man sehr unterschiedliche Notationen hat. Wir hatten schon gesehen, manchmal nennt man, wenn das auf die K-Schale fällt, Liemann-Serie. So, jetzt sieht man auch noch, dass diese Schalen unterschiedlich benannt sind. Also einmal K, L, M und so weiter. Manchmal auch N Hauptquantenzahl, also K, N Hauptquantenzahl 1, L, N Hauptquantenzahl 2, M, N Hauptquantenzahl 3 und so weiter. Und dann sieht man eben noch diese Orbitalnotation mit 2s, 2p1 halbe, 2p3 halbe. Das ist immer wieder das Gleiche, das muss man sich ein bisschen klar machen. Also wie gesagt, ich hätte hier noch die Hauptquantenzahlen daneben schreiben können. Also hier N gleich 1, N gleich 2, N gleich 3. Und jetzt ist die L-Schale eben aufgespalten in drei Orbitalen, also L1, L2, L3 und die M in M1, M2, L3, L4 und L5. Die sind irgendwie zusammengefasst. Und die weiteren hat dann 5. Und jetzt kommen die Siegbahnnotationen. Die Siegbahnnotationen wird alles als K bezeichnet, jedes Elektron, das auf die K-Schale fällt. Also von L auf die K-Schale heißt K, von M auf die K-Schale heißt auch K. Jetzt kriegen die aber noch so einen griechischen Index hier unten. Also ganz groß machen, K-Alpha, K-Alpha-1, K-Alpha-2, K-Beta und so weiter. So diese griechischen Indizes hier und die Zahlen, die sind geordnet nach Intensität. Das heißt, diese K-Alpha-1 hier hat die höchste Intensität. Also dieser Übergang findet am häufigsten statt und deshalb kommen die Röntgenstrahlen hauptsächlich von diesem. Also bei dieser Anregung kriegen wir sehr viel Röntgenstrahlung von der K-Alpha-1-Linie. Das heißt, in dem Röntgenspektrum nachher haben wir sehr viel K-Alpha-1-Strahlung. Das heißt, der Peak ist dort am höchsten. K-Alpha-2 ist am zweithöchsten, K-Beta am drithöchsten und so weiter. Deshalb, daher kommen diese Bezeichnungen. Die hat keine Systematik. Das ist so ein bisschen das Blöde an der Sache, wenn man das versucht. Dargestellt wird das jetzt oft, so dann ganz typisch ist dieses Bild hier. Hier sieht man auch nochmal mit dieser unterschiedlichen Notationen, also K, L, M, N. K, eine Schale, L hat die 1, 2, 3, M, 1, 2, 3, 4, 5, N, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Und man könnte jetzt auch noch die Orbitale hinschreiben mit 1, S und 2, P und so weiter, was man vorhin gesehen hat. Und hier nochmal, das sind alles die K-Linien, die auf die K-Schale fallen, das sind alles L-Linien, die auf die L-Linie fallen und alles M-Linien, die auf die M-Linie fallen. Was jetzt aber Alpha, Beta und Gamma oder Eta und so weiter ist, das hat nur mit der Intensität zu tun, nicht damit, von welcher Schale genau die irgendwo runterfallen. Da gibt es keine weitere Systematik. Deshalb wurde aber auch mal vorgeschlagen von der IUPAC, die hier ist, eine einfachere Notation und die ist hier in dieser eigentlich sehr schönen Tabelle ein bisschen zusammengefasst. Also hier hat man einmal die K-Schale oder wird auch bezeichnet diese 1, S-2 und jetzt, das ist das untere Energieniveau, jetzt ist das obere Energieniveau und jetzt fällt ein Elektron von zum Beispiel L3 auf K runter. Und bei der Sigma-Notation würde das lauten K-Alpha-1. IUPAC sagt einfach nur K, dort landet es und kommt tut es von L3. Oder wenn es von L2 auf K fällt, dann wäre es bei Sigma K-Alpha-2 und IUPAC sagt, sehr simpel, es fällt auf K und kommt von L2. Also das ist natürlich die sehr viel simplere und übersichtlichere Notation hier. Und so funktioniert die Notation für die charakteristische Röntgenstrahlung. Also man spricht dann immer von der K-Alpha-Strahlung, also meistens wird die einfach benutzt, die Siegbahn-Notation. Dann spricht man von der K-Alpha-Strahlung, K-Beta und so weiter. Das sieht man dann immer in diesem Spektrum aufgetragen. Man sollte aber noch dazu wissen, das nur am Rande erwähnt, hier schon einmal, es gibt noch sehr viele Effekte, die Zwischenlinien erzeugen. Also es gibt so etwas wie Satellitenlinien beispielsweise, die auch noch auftauchen können und die haben dann auch noch die Sammeln mit K-S zum Beispiel bezeichnet und so weiter. Aber das hier ist die simple Nomenklatur, die man auf jeden Fall kennen muss und die wichtig ist, vor allem die Siegbahn-Notation, aber auch die Relation zu den Schalen bzw. auch der EU-Park-Notation.